und und kommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal so 5 Nights at Sister Location also 5 Nights at Sister Location das 5. Teil ist endlich rausgekommen nicht kommen übrigens blind rein laden wir doch mal hoch nehmen es aufschneid das Spiel ist in uns auf Steam aber wir beginnen mal wieder Nacht ich bin Model 5 von Handymans Robotics und Unit Repair System aber du kannst mich Hand Unit deine neue Karriere wünscht Herausforderungen, Intrigue und Endless Janitorial Opportunities bitte nimmst dein Name wie gesehen auf dem Kabel das kann nicht später verändern also bitte bitte wir sollen uns Namen hinschreiben das könnte später nicht verändert werden und das ist unser Führer durch diese Ding hier es scheint, dass du ein paar Probleme mit dem Kabel hatte ich sehe was du versuchst und ich werde es für dich auto korrektieren einen Moment willkommen Ex-Benedict Oh oh ich bin 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 du kannst jetzt öffnen den Elevator mit dem blöden 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 wir arbeiten ok ok allow mich zu füllen diesen etwas schrecklich mit etwas blöden blöden wegen dem massiven Erfolg und sogar das schade Freddy Fazbear war nicht für andere in Kinder Untertitel unsere Roboter sind für private Party und die und es ist dein Job die Roboter zurück in proper Ordnung vor dem nächsten Morgen Du bist jetzt in der Primär Kontrollen Es ist ein Platz zwischen den zwei Untertitel Loser die 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 Opplen das die und die 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 w Motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job! In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Motion trigger. Circus Gallery vent. On the other side of the glass is Circus Baby's Auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Let's try another controlled shock. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Okay, S. Das war alles jetzt. Also was. Ganz einfach. Jetzt gehen wir ganz gemütlich zurück. Was hab ich gesagt? Warte. Motion trigger. Circus Gallery vent. Da ist irgendwas hinter mir. Das war die erste Nacht. Schon wo bin dieser Folge auch nur eine Zeit abgekriegen. Das war die Szenen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zu Hause, oder? Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? Das ist wahrscheinlich die Zeit zu Hause, würde man sagen. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Can't I tell you that it is? You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child's support, you deadbeats. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Ja, wir müssen jetzt die nächste Nacht schaffen, um genau diese Serie fett bei Wetter zu schauen. Oh, das war eigentlich relativ geil. Was passiert wohl jetzt in der zweiten Nacht? Daddy, we let the other children go see her. Why won't you let me go? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. For text only, press 3. For other options, press 4. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing angsty teen. Wenn jetzt fühlt sich so ein Teenager wirklich jetzt da ist und weiter redet. So wie das feiern, Leute. Man scheint's immer gleich da. Fries. Nacht 2. Nacht 3. Nacht 3. Nacht 3. Nacht 3. Nacht 3. The elevator stopped. You know the routine. Get out now or whatever. Stay here if you want. So, funny story? A dead body was found in this vent once. Okay, so, not that funny, but it's a story. Wow, er ist wirklich ein Teenager und er hat uns erzählt, dass hier ein toter Körper anscheinend gefunden wurde, anscheinend war das mit einer Spannung. Let's check on FuntimeFoxy, make sure he's ready for Showtime tomorrow. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's Auditorium. Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks and oxygen. Commencing system restart. Motion trigger, entryway vent. My window is open. Funtime Monitorium, maintenance vent opened. So you can see it. Bulura Gallery, maintenance vent opened. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. It will be over soon. No, we can just do it. Okay. There is someone coming. No. 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 Nein, niemand ist da. Niemand ist da. Ah. Was machen die da? Da war ein Auge. Nein, bleib zu, bleib zu. Nein, bleib zu. Das ist unangenehm. Ja, okay. Geschafft. Wie unangenehm war das? Da war sogar ein Auge. Da war ein Auge. Nein, bleib hier. Bleib hier. Nein. Hilfe. Ja, es ist, oh mein Gott, ich habe mich gewöhnt. Verschwindet jetzt bitte. Das glaube ich nicht. Oh. 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 Wenn dein Geist zurückgeht online, er wird euch sagen, dass er nicht erfolgreich war, dass ihr automatisch wiederholfen solltet. Er wird dann sagen, dass ihr durch die Ballora-Gallerie so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn ihr seine Instruktionen folgt, dann sterben. Ballora wird nicht mehr zurückgekehrt. Sie wird dich verabschiedet. Die Macht wird bald wieder zurückgekehrt. Wenn ihr durch die Ballora-Gallerie seht, geht es langsam. Sie kann nicht sehen, und kann nur hören für deine Bewegung. Wenn ihr die Musik zu hören wird, sie wird nahe, zu hören. Für dich. Warte, und warte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es scheint, dass die Macht nicht automatisch wiederholfen wird. Das heißt, wir sollten dem Mann, der jetzt gesprochen hat, nicht glauben über, ähm, dass wir das System dann starten über Ballora, dass wir leiser sein sollten. Motion Trigger, Circus Gallery Vent. Und wenn die Musik kommt, dann wird sie immer näher. Und wenn die Musik hören, dann soll man sofort stoppen. Dann wird das System dann ab. Das ist ja. Das war links, genau. Es ist recommended, dass du auf den Boden steigst und auf den anderen Seite steigst. So schnell wie möglich. So nicht die Ballora. Ich werde mich selbst de-aktivieren, momentarisch. So nicht die Musik zu machen. De-aktivieren. Okay. 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 Sie sind sehr lange Zeit. Bitte gehen Sie so schnell und so ruhig wie möglich. Okay. Nein, oder? LOL. Das Ding ist, ich muss mich jetzt voll konzentrieren. Okay. Ja! Ja! Ok, also das ist unser Danger Level anscheinend, ist es orange. Ich habe mal eine Leertaste, kann ich das machen, anscheinend kann ich ihn damit beruhigen. Ich warte mal, bis es grünet, ich bin kein Mist genug von... äh typisch. Der antwortet anscheinend auch. Das heißt, wir müssen dann alles, den Strom selbsthändig wieder einschalten. Okay. Dann mach mal den ersten. Calm down, let's go back to sleep. Ich sehe ihn nicht halt. Komm, bisschen sitzen, kann auch sein. Wir sind genauso wenig wie ich, also ich... Entschuldigung, leider, aber ein Spiel ist ein Glück. Okay. 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 их trinkt, ich willisten. Der ist vor meiner Fresse. Verpisst mich! Brothers, gehen wir weiter an die Schрутung und es geht hin! Wenn Lloyd euch auferredet und es geht,ria. Ihr will vorsceu-j alm0! Das glaube ich auch nicht. Okay. Hallo? Ui, das war jetzt knapp. Ich konnte aus dem München nicht raus. Das wäre echt schlimm gewesen. Wow. Wow. Ist der mehr eine andere Pelle gerückt? Ohne Witz war das knapp. Oh, scheiße. Es ist zu nah. Geh weg. Ah ja, und das geht dann wieder zurück einständig, sehe ich gerade. Ohne Witz war das knapp. Oh, der ist ein bisschen näher gekommen, da hat er nur einen langsamen Pelle. Das ist alles blöd, das ist ein bisschen stressig. Das ist anscheinend Funtime, Freddy und seine Puppe, Bonnie. Nee. Ui. Der ist auch wieder nah. Geht mir mal runter von der... Okay, ich hab das zweite geschafft. Let's go back to our stage. You must be hearing things silly. Ui. Das ist neben dem grün. Okay, jetzt kann ich's klauen. Wo ist der? Er soll wieder sich verpieseln. Geh zurück zu der Bühne. Alles ist okay. Alles ist okay. Wir gehen zurück zur Bühne. Oh, calm down. Ich glaube, es war nur ein Bühne. Ich sehe dich da in der Nacht. Nein, der Bühne ist hier. Ein Rüst-Taker. Ich bin aber Rüst-Taker. Wo ist der? Okay, ist er einfach weg. Okay, ab hier einen kleinen, also einen großen Kart, kann man sagen. Also, je nachdem, wenn ich brauche. Denn das wird ein bisschen länger dauern. Ich hab's bisschen untergekertet, bis ich die drei erledigt habe. Dann ist gleich. So, da sind wir auch wieder. Ich hab noch eine Sache. Einer dieser Dinge, die ich aufladen muss. Wüsste? Nein, okay. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. Ich habe herausgefunden, der Stage-Level ist immer falsch. Denn, jetzt wird er gut. Wenn ich etwas hier drin höre, dann muss ich sofort wegschalten. Dann hat er nämlich einen Schritt gewagt. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Belora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Oh, na, wir müssen jetzt wieder durch Belora. Yes. Oh mein Gott. Okay, schaffe ich. Ich höre nichts. Nein, ich bin nicht da. I can hear someone creeping through my room. Nein. I can hear someone. Perhaps not. Ja, genau. Vielleicht nicht. Das ist nur eine Einbildung. Ich bin nicht hier. Ja, Mann! Ja! Das ist wieder Tür. Wie das du an uns war echt. Okay. Aber egal. Wie das war... Was. Wie der Sonne setzt, so auch wieder ein anderes Kapitel in der Saga von Liebe verloren, zwischen Vlad und seine Unterricht. Sie werden sie verabschieden? Was ihre Liebe wiederkehren? Das und mehr, passiert jetzt. Ich weiß nicht. Humanität! Wann wird das Herz enden? Wann werden diese zwei Schiffe, die in der Nacht in der Nacht rekindlen, ihre lange gebliebenen Liebe? Tune in morgen, um herauszufinden. Nehmen wir den Privati-Card. Bye-bye!